Moin Sie, ihr Fuchsfahler, draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße viele recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Im letzten Part haben wir das Geheimnis der Z-Kraft erfahren, nachdem wir uns aus der Vegetationshöhle den ersten Z-Kristall quasi ergattert haben, beziehungsweise erprüfungisiert haben. Und wurden dann von Professor Kukui netterweise dahin eingewiesen, was das genau ist, wie das genau funktioniert. Und sollen uns nun auf den Weg machen, Lily zu finden, die sich irgendwo auf Route 3 befindet. Jetzt muss ich gerade mal gucken, hatten wir letztes Mal schon unsere Pokis geheilt? Joa, Pokis sind geheilt. Jetzt muss ich lediglich nochmal schauen, ob wir schon mit den Leuten hier geschnackt haben. Aber ich glaube ja, ne? Ich gucke mal, was sie sagt. Danke für deine Hilfe, Trainer. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Wommel. Ja, hatten wir schon alles. Gut, dann trinken wir jetzt erstmal ein Tässchen Kaffee. Ich bin zum Start in den Tag. Herzlich Willkommen im Kaffeebereich des Pokémon Centers in Alola. Es ist jetzt 10 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Oh, du hast deinen Pokémon also 24 Pokébohnen gegeben. Über Pokébohnen freut sich jedes Pokémon. Hier, das ist ein Geschenk von mir. Du hältst das Item Sonderbonbon. Joa, nice, ne? Drück mir das mal in die Medizintasche. Gibt es einem Pokémon, wenn du während der Inselwanderschaft was Hilfe benötigst? Was kann ich dir bringen? Joa, was hast du denn so da? Ich würde dann, joa, dann nehme ich den Eneko-Kakao, ne? Morgens zum Start um 10 Uhr. Einen Eneko-Kakao hättest du also gerne. Das macht dann 198 Schmeckers. Joa, nehmen wir. Eine gute Wahl. Einen Augenblick bitte. Ja, mach das mal ruhig fertig, das Ding. Das muss auch schön heiß sein und lecker. Danke fürs Warten. Ein Eneko-Kakao. Ganz nach Bestellung. Wachsen dir Eiszapfen aus der Nase, weil du mal wieder zu viel Eis-Pokémon gefangen hast? Eine heiße Tasse Eneko-Kakao schafft Abhilfe. Oder haben dich die Feuer-Pokémon deines Rivan ins Spitzen gebracht? Dann trink deinen Kakao einfach eiskalt. Jeden Morgen geht die Sonne über uns auf und strahlt ihr goldenes Licht auf uns herab, dem wir Menschen unser Leben verdanken. Da legt sich der Schleier der Nacht über den Himmel und der Mond wiegt uns mit seinem sanften Fahnenlicht behutsam in den Schlaf. Das sind die ersten Zeilen eines Buches, an dem ich in meiner Freizeit arbeite. Viele sehen das Licht, das die Sonne und der Mond spenden als etwas Selbstverständliches. Dabei sollten wir eigentlich voller Dank ihnen gegenüber sein. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Das gibt es nur einmal pro Tag. Diese Süßigkeit ist eine Spezialität aus der Yantara City in der Kalos-Region. Du hast das Item Yantara-Sable. Yantara-Sable wurde in der Medizintasche verstaut. Gute Idee, ich muss mal mitmachen. Und das ist für deine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Du hast einige Pokébohnen erhalten. Oh, das ist doch schon mal nett. Pokébohnen sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Poképause mit Pokébohnen, werden sie zu traulicher. Bitte beehre uns bald wieder. Yo, ich gehe jetzt erstmal Lili suchen, ne? Wir müssen noch kurz ein bisschen Nacharbeit machen. Es gibt da noch so ein paar Informationen, die mir so zugespielt worden sind. Zum einen müssen wir jetzt nochmal kurz zurück auf die Bärenfelle. Oh, was geht jetzt ab? Ich wollte doch nur mal kurz auf die Bärenfelle. Das ist nicht gut, ist nicht gut. Kommt nicht gut an. Donald Trump erscheint. Uh, schon wieder. Los, Maggi. Magnetilo. Ja, leveln wir noch ein bisschen, ne? Kämpfen. Wie wäre es denn mit einem Donnerschock? Maggi setzt Donnerschock ein. BAMS. Maggi setzt Verfolgung. Oh, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ruft umher bitte nicht. Bitte komm hier. Ihr seht, das passiert hier oft. Und relativ, oh, es ist keine Hilfe aufgehört. Hier taucht irgendwie keiner auf. Also bei meiner Mond-Edition habe ich das öfter mal. Und dann hängst du da. Bist du ganz froh, wenn du gerade das Pokémon quasi erledigt hast. Besiegt heißt das ja. Und zack, ruft die Sau um Hilfe. Und dann geht es von vorne los. Da bekommen diese Mehrfachattacken auf einmal eine ganz andere Bedeutung, wenn sogar jeder Hans und Franz hier mitten auf Alola eben mal fix um Hilfe rufen kann und dann gleich mal Kollegen dabei hat, ne? Die großen Geschwisters. Dun, 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 dun. Pichu, Pichu, Pichu. Oh nein, ein Habitag erscheint. Los, Maggi. Kämpfen. Setz mal Donnerschock ein. Nein, das ist sehr effektiv. Das war sehr effektiv. Habitag wurde besiegt. Maggi erhält 36 Erfahrungspunkte. Dank des Impetas erhält auch der Rest ein paar Erfahrungspunkte. Ist ja nett, ne? So. Haben wir dann gleich mal diesen Grass-Patch überstanden. Meine Güte, was ein riesiges Ding. So. Dann gehen wir jetzt erst mal mal zur Bärenfarm. Denn ich habe ja seinerzeit, äh, ja, eitel wie ich war, nicht die Pokémon in der kleinen... Aber erstmal können wir hier wieder ein paar Bären sammeln. Und ich habe nicht die Pokémon in der... In dem Häuschen da angesprochen. Weil ich sagte, das sind ja eh nur Pokémon. Die sagen ja eh alle nur ihren Namen. Aber wie die gute Kurin mir mitgeteilt hat, gibt es da Items. Deswegen gehen wir doch nochmal zurück und kümmern uns gerade eben drum. Um hier uns noch die Items einzusammeln. Boto, Boto, Boto. Okay. Boto, Boto. Immerhin sagen sie den Namen auch etwas anders. Gel. Hm. Okay. Boto. Botogel hat von irgendwo einen Beleber hervorgezaubert. Du hältst das Item Beleber. Ja, süßchen. Beleber wurde in der Medizintasche verstaut. Boto, Boto, Boto. Ja, ihr seid aber auch knuffig. Ich hätte auch gerne so einen Botogel. Aber ist okay. Ich werde auch noch eins finden. Eines Tages. So, bevor es dann weitergeht, müssen wir nochmal ein Stück zurück. Denn es ist möglich, auf dem Friedhof Fotos zu machen. Wusste ich auch nicht. Musste ich gestehen. Habe ich auch noch nicht in meinem Privatgedämpfnis gefunden. Deswegen machen wir nochmal einen kurzen Abstecher auf den Friedhof. Ohpala. Wo müssen wir denn da lang? Da geht es, glaube ich, lang. Ja, ich versuche mal das hohe Grad zu meiden, weil wir machen ja jetzt gerade nur ein bisschen Backtracking. Und dann schauen wir doch mal. Irgendwo hier, wenn man irgendwo nach hinten geht, kann man wohl Fotos machen. Ganz hinten hat jemand zu mir gesagt, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Ah, hier. Tatsache. Kugel war es. So, dann lassen wir nochmal gucken. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Hätte man auch drauf kommen können, weil das Grab auch mit ganz anderen Blumen und sowas. Schauen wir doch mal. Wo ist denn hier was? Ich sehe nur einen Grab. Ach, da oben. So, wie zoome ich nochmal rein? In nichts. Oh, je, du. Das ist so leicht am Huckeln, ne? Also leicht. Leicht. Mal sehen, wann dreht das sich denn da vorne um? Oh, jetzt. Zoome ich nochmal rein. Jetzt wird ja den gleichen Weg wieder abfliegen. Okay, oder auch nicht? Na, komm schon. Lass mich ein schönes Bild von ihr machen. Jetzt! Ja, frontal. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Ja, sag ich doch. Gefällt mir. Sehr schön. Sehr ordentlich. Oh nein, da ist der Film ausgegangen. Schnell direkt wieder zur Fotoauswahl. Ja, suchen wir uns doch mal das schönste Bild aus. Wo ist mein Stift eigentlich? Ja, geht so, ne? Ne, ich wollte die erstmal nur angucken. Ne, ne, warte. Erstmal schauen. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich glaube aber am besten... Ja, doch, das ist das, wo am weitestgehend von vorne ist, ne? Nehmen wir das. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Dieses Foto soll ausgestell... Ja, mach mal. Ich finde das gut. Gucken wir mal, was wir für Bewertungen kriegen. Das Foto wurde geteilt. Es gibt schon Kommentare. Ob da wohl auch die ersten Hater auftauchen? Bei mir ist es jetzt schon Abend. Ja, das freut mich für dich, ne? So viele Leute mochten dein Foto. Ein gutes Foto. Bei 10.000 guten Bewertungen rüste ich deinen Pokésucher auf Version 3 auf. Oh, das ist ja mal ein Schritt, ne? Es gibt noch unzählige Fotos, die darauf warten, von dir geknipst zu werden. Ja, dann machen wir noch weitere Fotos. Wir gucken mal, was da gerade noch so für Pokémon auftauchen. Ob auch was auf dem Boden auftaucht oder ob da nur Fliegende auftauchen. Oh, es scheint dabei zu bleiben. Okay. Oh, hoppala. Ich arbeite nochmal dran. Sehr ordentlich. Joa. Sehr schön. Oh, da kam er sehr nah ran. Verfolgen, verfolgen, verfolgen. Und... Hm. Letzte war nicht so gut. Jetzt nochmal. Jawohl. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Das läuft bei mir, das läuft bei mir. So. Gucken wir mal. Nee. Von hinten ist er nicht so gern gesehen, habe ich gelernt. Das ist doch toll. Das ist zwar nicht mittig, aber ein tolles Bild ist es trotzdem. Das nehmen wir. Jo. Das Foto wurde geteilt. Es gibt schon Kommentare. Das ist etwas näher heran. Solche Fotos kann ich auch schießen. Was für ein schöner, klarer Himmel. Hab Hunger. Joa. So viele Leute mochten dein Foto. Ein gutes Foto. Ich aktualisiere deinen Bewertungsrekord. Joa. Neuer Rekord geht raus. Bei 10.000 Bewertungen. Ja, wissen wir doch. Das Ziel ist schon in Sicht. Ja, aber wir machen jetzt... Wir machen jetzt erstmal nicht weiter. Reicht uns erstmal an Fotos. So, dann haben wir auch genug Back getrackt. Dann geht es jetzt wieder zurück. Wir machen jetzt weiter und bewegen uns... Oh komm, wir gehen hier mal durch. Bewegen uns erstmal auf Route 3. Und gucken, dass wir die gute Lili-Dame mal irgendwie finden. Die steckt bestimmt wieder in Schwierigkeiten. Die gute Dame zieht sich ja... Zieht ja irgendwie Schwierigkeiten an. Aber gut, wenn man auch so ein kleines Wölkchen dabei hat. Was doch sehr begehrt und eigentlich relativ niedlich ist. Ich hätte auch gern so ein Wölkchen. Dann kann man das auch verstehen. So, nun aber hier weiter im Text. Wir müssen hier wieder nochmal durch den dicken, fetten Grasbüschel durch. Oh, ein wildes Pokémon hat uns mal eben einfach so angedisst. Ein Mangunior. Mangunior. Boah, ich bleib bei Donald Trump. Ist einfacher auszusprechen. Donald T. So, was können wir für dich tun? Wenigstens hier in der Pokémon-Welt kann man dich beseitigen, ne? Donnerschock. Donnerschock. Mnium. Mangunior wurde besiegt. Magie erhält 70 Erfahrungspunkte. Dank des IP-Teilers. Bekommt auch der Raschen-Baten-Wart. Oh. Level 90 geht raus von mein Pferdchen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ab 20 ist, glaube ich, Ende im Gelände. Und das ist zur Zeit ja unser stärkstes Pokémon. Ist der eigentlich hier... Der ist kampfbereit, ne? Moin. Bis kämpfen. Ich suche nach Bären, die ich meinem Pokémon zum Tragen geben kann. Ja. Dann such mal. Ich sollte vielleicht auch mal meine normalen... Mein Z-Kristall mal ausrüsten. Pokémon-Züchter Carsten fordert dich heraus. Mach mal los. Pokémon-Züchter Carsten. Was hast du denn? Pokémon-Züchter Carsten setzt Smetbo ein. Oh. Da würde ich sagen, haben wir, glaube ich, gerade die richtige Wahl getroffen. In so einer Elektro-Attacke sollten wir da ganz gut dastehen. Didi-di-di-di-di-di-di-di-di. Donnerschock. Magie setzt Donnerschock ein. Zup. Das ist sehr effektiv. Smetbo wurde besiegt. Magie erhält 243 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des EP-Teils erhält auch der Rest Erfahrungspunkte. Pepe erreicht Level 16. Pepe versucht, Pflücker zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Pflücker ersetzt werden? Was macht denn Pflücker? Anwender pickt das Ziel, nimmt die Beere, falls das Ziel eine trägt, und erhält ihren Effekt. Stärke 60. Was haben wir denn sonst so da? Was macht Schnabel? Stärke 35. Greift das Ziel mit Schnabel oder Horn an. Genauigkeit 100. Genauigkeit 100. Physische Attacke. Physische Attacke. Dann können wir die austauschen. Diese Attacke vergessen. Schnabel ist was für Lullen. Wir nehmen jetzt den Pflücker. Tut genau, tut mehr weh. Hat die gleichen, gleichen Chancen. Aber klaut auch noch die Beere. Also insofern haben wir nichts verloren. Ah, wenn mein Smetbo doch nur Beeren bei sich gehabt hätte, dann hätte ich sie mit Pflücker entfernen können. Pflaufungsgewinn. 400 Schmeckels. Schmeckels. Geht doch mal rein, da. So ist so eine Tür. Geht doch nicht so einfach, ne? So. Machst du gerade noch mal meine Pokémon Fit. Das wäre lieb von dir. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beheuhr uns bald wieder. Jo, wird gemacht. So. Gehen entfernt. Aber bevor wir jetzt weitermachen. Bevor ich es wieder vergesse. Beutel. So. Wo sind diese Z-Kristalle? Da. Normium Z. Einsetzen. Oh, Maggi. Nimm das mal mit. Das Pokémon erhält ein Normium Z. Wir können das stumpf einfach erstmal allen Pokémon geben. Selbst wenn die da jetzt nur dödliche normale Attacken haben. Dadurch, dass ich keinem aktuell was zum Tragen gebe, könntest du schön allen hier den Normium Z-Kristall reinknallen. Dann können die alle schön eine Z-Attacke. Die ist mal mehr, mal weniger sinnvoll. Hängen natürlich mit den Normal-Attacken ab, die das Pokémon da momentan hat oder kennt. Und wir können da ja mal ein bisschen mit rumspielen jetzt, ne? So. Dann gehen wir mal auf Route 3. Route 3. Steht auf dem Schild hier noch irgendwas Tolles? Was? Hallo? Oh, scheiße. Nicht so schnell. Nochmal. Inselwanderschaftsschild. Du hast die Prüfung in der Vegetationshöhle bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Setzt du die Z-Kraft geschickt ein, wird dir deine Inselwanderschaft leichter fallen. Übrigens, selbst wenn dir der Einsatz einer Z-Attacke einmal misslingt, wird dieses einen Einsatz gewertet. Ah, das heißt, wenn es schief läuft, darf ich nicht nochmal, weil es ist trotzdem sehr anstrengend. Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, stützte sich auf einmal ein Vogel-Pokémon auf mich. Ein Glück, dass es so süß war. Oh. Dann gucken wir doch mal. Route 3. Nimm dich vor den Pokémon in der Luft in Acht. Das ist ja cool. Da ist auch so ein Schatten. Das ist halt auch mal Abwechslung. Nicht immer nur hohes Gras, sondern jetzt können wir hier Schatten ausweichen, wenn wir keinen Bock auf Pokémon-Kämpfer haben. Ein Habitac erscheint. Und da sind wir, glaube ich, relativ gut ausgerüstet mit unserem Elektro-Pokémon aktuell. Maggi wird da schon ordentlich auf die Prügel hauen können. Jetzt gucken wir mal, was er für Z-Kraft kann. Ich bin hier neugierig. Hyper-Sprint-Angriffe. Lass uns das doch mal machen. Hyper-Sprint-Angriff. Das wird erstmal getanzt. Zack, zack, zack. Yo. Alles nicht gut gemerkt. Maggi hüllt sie in Z-Kraft. Maggi nimmt all seine Kraft zusammen und setzt eine Z-Attacke ein. Hyper-Sprint-Angriff. Yo. So sieht er beeindruckend aus. Zack. Juhu. Habitac setzt Heuler ein. Gut, mit einem Donnershock wäre ich jetzt besser dabei gewesen. Aber ich wollte es wenigstens mal sehen. So ist das halt, ne? Kämpfen. Donnershock. Habitac setzt Heuler ein. Ja, mach mal ein... Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Jetzt ist es zu spät. Angriff von Maggi sinkt. Aber ich denke, ein Donnershock wird immer noch reichen, oder? Siehst du? Das ist sehr effektiv. Habitac wurde besiegt. Maggi erhält 101 Erfahrungspunkte. Zack, Maggi erreicht Level 16. Dank des Ep-Teilers erhält auch der Rest des Pokémon-Teams Erfahrungspunkte. Nett ist das. So. Wo müssen wir denn lagen? Oh, ein Trainer. Hallo. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Sie gut zu kennen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Trainerhoffnung Thorsten fordert dich heraus. Oh, der Thorsten do. Trainerhoffnung Thorsten setzt Anton ein. Oh, süß. Hat das schon Kopfschmerzen? Wenn nicht, kriegt es gleich welche. So, dann wollen wir doch mal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Donner-Schock. Maggi setzt Donner-Schock ein. Hast du unser Routen-3-Pokémon aktuell? Das ist sehr effektiv. Anton wurde besiegt. Anton. Maggi erhält 136 spezielle Erfahrungen. Sie ist schon speziell? Ich weiß gar nicht. Ich sage immer speziell, aber... Ich konnte die Fähigkeiten nicht zu meinem Vorteil nutzen. Blaufuchs gewinnt 624 Schmeckels. Ja, das ist halt schade und schlecht gelaufen für dich. Pokémon besitzen sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Manche davon wirken im Kampf anderen gegen in ganz anderen Situationen. Habe ich dir schon erzählt, dass es keine VMs mehr gibt und du dich das sehr glücklich machst? Nein? Ja, dann weißt du es ja jetzt. Gut. Wir gehen mal weiter. Was ist da vorne für ein Graspatch? Ich sehe da ein Pokéball. Zack. Du findest das Item Heilball. Heilball wurde in der Itemtasche verstaut. Sonst noch irgendwas Verstecktes? Nö. Dü, 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 dü. Ah, ein Botogel. Da können wir uns alles organisieren. So. Di, 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 di. So. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Was nehmen wir denn da mal? Ich würde sagen, ein Tackle. Das sollte es ja wohl nicht umhauen. Och Gott, es gibt uns ein Geschenk. Bam. Bam. Und wirft uns das Ding an den Kopf. Hallo? Das ist nicht selber. Aber so macht man auch nicht. Tackle. Oh je. Okay, dann nehmen wir doch mal einen Donnerschock. Weil das wird doch ein bisschen arg lang dauern. Botogesetzgeschenk ein. Ich habe da was für dich. Bam. Backsteine. Wirft ihn mit Wackermännern um sich. Ah. Scheiße. Das ist sehr effektiv. Oh. Was ist denn das? Das ist ein Käfer-Pokémon. Ich weiß das gar nicht. Ich muss das mal wieder eingestehen. Ich habe keine Ahnung. Zirki erreicht Level 18. Winkul erreicht Level 15. Winkul versucht, Aquawelle zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Aquawelle ersetzt werden? Ja. Äh. Was hast du denn so drauf? Ach Heuler. Komm hier. Weg damit. Eins, zwei und schwupp. Winkul hat Heuler vergessen. Und Winkul erlernt Aquawelle. Finde ich gut. Klingt vernünftig. Wieso. Jetzt müssen wir noch so ein Botogel organisieren. Ich will auch noch eins haben. Ist hier noch irgendwas? Komm schon. Da kommt bestimmt noch eins. Bütübütübütübütübüt. Oh, ein Habitag. Naja, schade. Wahrscheinlich auch so eine 5% Chance oder sowas. Voll versagt gerade. Donnerschock. Maggi setzt Donnerschock ein. Das ist sehr effektiv. Habitag wurde besiegt. Maggi erhält 54 spezielle Erfahrungspunkte. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest ein paar. Und der Hahn kräht. Ja, Hahn, wir wissen ja Bescheid. Ich weiß das, was du nicht willst. So, ihr habt den Hahn gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen hier eben einen Break. Zunächst wie immer erstmal sauber speichern. Jawohl. Zack. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir eine Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Werden weiter den Rest von Route 3 erforschen. Es dauert auch nicht mehr weit. Ich kann die Flagge schon sehen, bis wir Lilly finden werden. Und versuchen uns noch so ein Boothugel-Dingenskirchens zu angeln. Bis dahin. Euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs.